Mit dem Aufwächs, das kann ich auch vermitteln, das würde ich den Leuten zeigen, die nicht in den Bergen aufpassen. Bei euch habe ich gemerkt, okay, ich weiß, was euch so ein bisschen anspricht. Drei, zwei, eins, Film ab! Für das erste Mal mit den Kindern den Film mit dieser Größe zu sehen, das ist neu. Gerade wenn gelacht wird oder mitgegangen wird, ich finde es super. Vielleicht hat er auch das Gefühl, das hat den Kindern gut gefallen. Das ist natürlich toll, weil wir bislang auch wegen Corona noch nie die Möglichkeit hatten, den Film mit anderen oder mit Kindern überhaupt im Kino zu sehen. Und hier ist natürlich ganz wichtig, dass er den Schauspielern schon sagt, guck mal hier in der Szene, da kommt der Prinz an, da ist er vielleicht gerade gestrandet und erschöpft. Also wenn man einsendet, eh klar, dann wünscht man sich sehr, sehr viel. Wir haben hier ein bisschen Programm geguckt und ich fand es Wahnsinn. Wirklich richtig tolles Programm, vor allem die Nationalen auch und deshalb, danach hätte ich es mir nicht gedacht. Ja, aber deshalb umso schöner.